Nächstes Atmosik S1 nach Schönebeck, 18, über Schönebeck, Abfahrt 10.43, von Gleis 8, direkt gegenüber IC 24, 30, nach Emdenhauptbahnhof, über Braunschweig, Abfahrt 11 Uhr, von Gleis 13, und IC 20, 31, nach Leipzig Hauptbahnhof, über Köthen, Abfahrt 11 Uhr, von Gleis 6a, Gleis 8, Einfahrt RB, nach Burg, bei Magdeburg, über Biedernitz, Abfahrt ursprünglich 10.32, Vorsicht bei der Einfahrt.